Diese Bilder sind in den vergangenen Wochen um die Welt gegangen. Einheimische auf der italienischen Insel Lampedusa machen mobil gegen Massenankünfte von Geflüchteten. Das zwischen Tunesien und Malta gelegene Eiland ist ein vorrangiges Ziel vieler Schutzsuchender, die über den Seeweg in die Europäische Union gelangen wollen. Aber die Inselbevölkerung hat mehrere Gesichter. Die Emotionen verstärkten sich nach den Äußerungen des französischen Innenministers Gérald Damaner, der erklärte, dass keiner der Geflüchteten nach Frankreich gebracht werden würde. Experten bezweifeln die Umsetzbarkeit dieser einseitigen Entscheidung. Trotz allem sind die in Europa ankommenden Migrantinnen und Migranten nur ein kleiner Teil aller Menschen, die ihre Länder verlassen und längst nicht alle streben auf den alten Kontinent. People are going to continue living their home. What we also need to understand is most people do not come to Europe. Most people go to the neighboring country. A few of them come to Europe. And so what we need to think as European is how we better organize a system when people get to European shores so that we avoid the kind of political crisis, constant political crisis that we keep seeing. what we need to do next to you in Canada. How does that exist in goddamnATG? what we need to tragically to dem Podcast,